Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zur niegelnageläusten-Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Eurem Audio-Podcast für Filmbesprechungen und Serienbesprechungen und überhaupt jede Menge tolle Dinge. Aktuell gibt es ja nicht so richtig viele Kinostarts, aber es kommt eine ganze Menge Zeug fürs Heimkino raus. Wir haben hier unter anderem die Gelegenheit gehabt, zwei Filme zu besprechen, die Kochfilms jetzt auf Disc presst. Das ist zum einen Seafog und zum anderen Blood on My Name. Jeweils einen der Filme haben sich in dem Fall Till und René gegeben. Die beiden haben sich dann abwechselnd untereinander quasi dazu befragt und hier ist quasi ein fluffiges Doppel entstanden. Es folgt im Anschluss die Besprechung der aktuellen Serie Mighty Ducks. Die läuft jetzt auf Disney Plus und ich weiß nicht, ob das irgendwas mit der Serie aus den 90ern zu tun hatte, mit dieser Trickfilm-Serie war es, glaube ich. Da müsst ihr also schon genau lauschen, wenn die beiden Jungs von Steven Spoilberg, nämlich Steven und Berg, über diese Serie sprechen. Steven hat die ersten drei Folgen, war es glaube ich, für uns gesehen und hier eine Besprechung mit seinem Kollegen aufgenommen. Leute, viel Spaß bei diesen drei Besprechungen und wenn sie euch gefallen haben, ihr noch ein paar Cent übrig habt, dann überweist sie uns doch. Zum Beispiel via Paypal oder Buy Me A Coffee, denn wir sind ein Community-finanziertes Projekt, das im Wesentlichen vor allem aus eigener Kraft irgendwie besteht und das kostet alles ein bisschen Geld. Wir freuen uns tierisch drauf, von euch irgendwie Unterstützung zu bekommen und das wäre jetzt genau eure Gelegenheit. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Lasst's krachen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Tele-Stamm-Tisch. Ich bin der René und ich habe heute zusammen mit dem Till die Ehre, euch zwei Filme vorzustellen. Das wäre zum einen Seafog, den sich der Till angeguckt hat und ich habe mir Blood on My Name angeguckt. So, und Seafog, da erzählt euch der Till jetzt, worum es geht. Das werde ich tun. Also, Seafog ist ein südkoreanischer Film, schon 2014 rausgekommen und jetzt über Koch Media, über die beiden Filme, die wir jetzt besprechen, bei uns rausgekommen sind. Und die kommen auch beide am 25. März zu uns. Meine auf jeden Fall direkt auf Blu-ray, deiner auch. Und es geht um eine Crew eines Fischerboots, angeführt, Gott, angeführt, ist das falsche Wort, auf jeden Fall, Käpt'n, Käpt'n dieses, dieses Schiffs ist Käpt'n Kang-Chul-Yo, gespielt von Kim-Yon-Seok. Und ich werde weiterhin diesen Namen so langsam aussprechen, das tut mir leid. Kim-Yon-Seok, Hauptdarsteller. Den kennt man unter anderem aus The Chaser, auch ein südkoreanischer Thriller, Psychothriller, sehr zu empfehlen übrigens. The Chaser habe ich letztens erst geguckt. Und ja, der hat seine Crew zusammengewürfelt aus typischen verschiedenen Charakteren, die man so für so einen Film braucht. Nicht für so ein Boot, für so einen Film. Und du hast einen, der wirkt so ein bisschen wie der Intelligente, aber irgendwie findet er keinen Anklang, bleibt auf dem Boot. Dann hast du einen Rowdy, dann hast du einen, der irgendwie scheiße drauf ist. Dann hast du einen, der irgendwie, in dem schlummert irgendwas, man weiß nicht genau was. Vielleicht ist er crazy, vielleicht nicht. Das ist eine ganz, ganz nett durchgewürfelte Truppe. Und dieses Fischerboot, diese Crew übernimmt irgendwann, weil es halt, die stehen in der Krise, das Boot ist Schrott, er hat kein Geld. Das Boot kann zwar noch fahren, aber irgendwie kommt nichts an Land. Seine Frau, die Frau geht ihm fremd, während er nach Hause kommt, das ist ihm scheißegal. Also ist auch ein bisschen so ein Scheißegal-Typ, so ein harter Käpt'n. Und der kriegt dann einen Auftrag, und zwar Einwanderer, illegale Einwanderer, auf See aus China nach Südkorea zu schmuggeln. So, das gibt richtig Asche. Und das ist im Endeffekt, ja, der Plot des Films, so beginnt dieser Film. Und es ist extrem schwierig, wirklich weit über den Film zu sprechen, weil der hat einen Kniff, der dauert gar nicht so lange. Und man sollte sich vorher nichts angucken über den Film, kein Trailer, nichts durchlesen. Genau, soweit erst mal, soweit erst mal. Ja, jetzt wurde der Film ja, so wie ich hier lese, für die Academy Awards nominiert, in der Kategorie Best Foreign Language. Und für die Golden Globes, findest du, der Film wird dem gerecht? Nein, also, na, okay, tatsächlich habe ich das überlesen bei IMDb. Es ist, um vorwegzugreifen, auf keinen Fall ein schlechter Film, der hat mir Spaß gemacht, ich habe den gerne geguckt. Aber wenn ich mir angucke, was aus Südkorea kommt, sei es ein Oldboy, sei es jetzt ein Parasite, der unfassbar abgeräumt hat, weil er einfach unfassbar gut ist. Absolut. Bei Seafog macht man nichts falsch, man guckt ihn sich an, es ist ein solider, ich möchte fast das Genre nicht machen, ich würde einfach sagen, es ist ein solider Korea-Thriller, mehr oder weniger. Ein bisschen Drama-Elemente, sehr sozialkritisch, wie die ja eh oft sind, aber nein, auf keinen Fall, nicht wenn ich weiß, was aus Südkorea noch so kommt. Und tatsächlich, ne. Ja, generell kam ja in den letzten Jahren, wie du schon sagst, einiges Gutes aus Korea. Ja, auf jeden Fall. Ich denke da auch, wie du es ja auch angesprochen hast, an die, ja, ich glaube, man nennt sie tatsächlich so die Vengeance-Trilogie. Ja, genau. Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy, Lady Vengeance, sind alles drei wahnsinnig gute und atmosphärische Filme. Ja, dann der, ja, neueste im Bund, Parasite, da kamen schon echt, da kamen einige Bretter aus Korea. Ja, ja, das ist wirklich ein harter Vergleich. Ja, ach, für den Oscar nominiert, also du hast für mich, wenn man Oldboy hat, wenn man die anderen beiden Revenge- oder Vengeance-Filme nimmt, wenn man alles von Park Chan-Wook im Endeffekt nimmt, und alles von Park Chan-Wook ist besser, kenne jetzt Joint Security Area, habe ich noch nicht geguckt, aber alles andere, auch die Taschendiebin, einer meiner Lieblingsfilme, genau wie Oldboy, jetzt Parasite, The Chaser, den ich jetzt geguckt habe, die fand ich alle besser, macht aber The Fog nicht zu einem schlechten Film, aber die Latte ist einfach extrem hoch. Das, das muss man einfach sagen. Genau, und das, das Ding ist halt, du hast, das Problem ist jetzt bei, bei unserer Besprechung jetzt, ich kann nur bis einem bestimmten Punkt gehen und dann kann ich nur noch vage umschreiben, weil du hast, natürlich treffen die dann auf die, auf die Crew auf dem Wasser, wo die dann, die, die Immigranten, die illegalen Einwanderer versuchen zu übernehmen, das ist natürlich sehr dramatisch, weil dann rutscht jemand ab, fällt ins Wasser, die Boote sind nicht nah genug aneinander und dann sind, dann sind diese Auswanderer oder Einwanderer dann auf dem Boot und es gibt Reibereien, natürlich sind da hübsche Frauen und die Männer sind auf See irgendwie, sie kriegen eh kaum Frauen zu sehen, dann wird die eine abgeschleppt oder versucht abzuschleppen und dann gibt es oben wieder Reibereien und irgendwie einer versucht den anderen anzuzetteln und es gibt einen Putschversuch und all das. Das passiert aber in relativ kurzer Zeit und natürlich hat dieser Frachter ein riesiges, also ein riesiges Lager, wo der ganze tote Fisch oder gefangene Fisch reinkommt und dort verstecken die sich, wenn es zum Beispiel, wenn es hell wird, wenn dann die Seewacht kommt oder die zuständige Wasserpolizei, weiß ich nicht genau, was das dort war, natürlich passiert sowas, weil sonst wäre der Film dann zu Ende, weil sie die versucht, weil sie es geschafft haben und dann kommt ein Punkt, da ändert sich alles und das ist so und das ist Südkorea mäßig tatsächlich extrem hart, nicht von der Gewalterstellung, sondern das was passiert ist krass und dann hat dieser Film einen Twist, der super krass ist und dann kommt auch der Nebel zum Einsatz, der Film heißt Seafog nicht aus einem anderen Grund, sondern einfach tatsächlich, weil die in den Nebel fahren und kurz davor passiert dieser Twist und dann fängt der eine halt wirklich an durchzudrehen und dann mache ich einfach Schluss jetzt, ehrlich, es tut mir leid, ich würde gerne mehr darüber sprechen, weil es ist ein guter Film, aber natürlich ist dann der andere vielleicht ein bisschen korrupt, der andere ist natürlich ein rougher Typ, der vorher auch diese Immigranten irgendwie, ja, den gegen Gewalt angetan hat und gezeigt hat, hier, ich bin der Boss und dann haben sie, glaube ich, einen sogar bei Wasser, aus dem Schiff geworfen und sozusagen, hier, pass auf, ihr haltet jetzt die Schnauze, ist das mein Boot, sonst seid ihr alle dran. Also würdest du schon sagen, dass die Charaktere gemessen am Genre vielleicht schon so in die Richtung Stereotyp gehen? Ja, auf jeden Fall, ja, ja, es ist Stereotyp bis auf einen, der dann im Nebel und nach dem, was da passiert, ein bisschen durchdreht, ihr kriegt, ihr kriegt eine Art Psychose, was dann auch cool ist, sind halt mehrere kleine Kniffe und auch Dinge, die man nicht erwartet, auch nach diesem großen, nach diesem großen Twist, nenne ich es tatsächlich jetzt einfach mal, und dann hast du diese Stereotypen, ja, hast du schon auf jeden Fall, auch bei den, auch bei den Flüchtlingen, sind die dabei, der eine hat die große Schnauze und will halt, will halt zeigen, wer der Boss ist und so weiter und so fort. Du hast natürlich dieses schüchterne Mädchen, was auch hübsch ist und so weiter, ja. Doch, das ist ganz klassisch und auf keinen Fall überzogen, man muss natürlich Südkorea kennen, beziehungsweise sich da ranwagen, weil die sind ja immer ein Tucken, oft ein Tucken drüber, vom Schauspiel her. Ja. So, was zum Beispiel jetzt ein Oldboy nicht hat, was ihn so perfekt macht, aber ganz oft ist das ja in Südkorea so, macht aber nichts, so, die viele Filme sind so, das ist völlig okay, ja. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage, wie du, ja, wie du über die Schauspieler denkst, also kaufst du ihnen ihre Rollen ab oder ist da Luft nach oben? Ja, Luft nach oben auf jeden Fall, aber es ist ein gutes Schauspiel, es macht Spaß hinzuzugucken, vor allem der Käpt'n, Käpt'n Kang, der macht das echt gut. Und der, der dann später so ein bisschen, ja, in die Psychotika-Richtung geht, der macht das auch irgendwie ganz solide. Aber der Käpt'n ist wirklich, ja, irgendwie, man weiß nicht genau, sympathisiere ich jetzt mit ihm, dann passiert, dann kommt Punkt X und dann denkt man, oh, shit, okay, was, das ist, das macht er gut. Und irgendwann am Ende kristallisiert sich das mehr oder weniger raus, wie man zu den Charakteren steht. Ja, doch, auf jeden Fall. Ja, wo wir gerade schon so viel über asiatische Filme quatschen, vielleicht ein kurzer Hinweis auf ein Projekt vom Telestammtisch, nämlich die Weltreise. Da haben wir einige Kollegen, die gerne über asiatische Filme plaudern und da könnt ihr gerne mal reinhören. Ganz genau, Südkorea wird auch noch kommen, da bin ich auch dabei. Dann habt ihr ja den Profi schon am Ohr. Ja, deswegen, ich habe, ich versuche viel auch nachzuholen, deswegen habe ich auch bei CFOG gleich gesagt, nehme ich, ich habe mich wie gerade auch nicht informiert, ich habe in den Trailer reingeguckt, ihn aber auch nicht zu Ende geguckt und, ja, genau. Ja, ich weiß nicht, wenn du sonst nichts Gravierendes mehr zum Film zu sagen hast, ich merke ja schon, dass man wohl ab einem gewissen Punkt nicht mehr so viel sagen sollte. Ja, das ist das Problem, ja. Würde ich vorschlagen, wie lautet denn dein Fazit? Eine solide, dreieinhalb von fünf, gefangenen Fischen oder auch nicht gefangenen Fischen, sonst würden sie diese Reise nicht wagen. Und er sieht auch noch wirklich gut aus, also das, da habe ich noch gar nicht, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, der ist wirklich, der ist wirklich schön gefilmt. Ab und zu sieht man natürlich, ja, okay, die sind halt nicht auf dem Meer, die sind halt im Tank in der Halle, in der sie drehen, macht aber nichts, völlig okay. Es ist ein wirklich guter, solider südkoreanischer Thriller, der einen relativ schnell schon überrascht mit dem, was dort passiert und dann halt spannend bleibt, wirklich spannend bleibt, wie ich finde. Und gegen Ende hin, nach dem Finale auch nochmal so ein bisschen was bietet, wo ich denke, ja, okay, genau das ist Südkorea, das hat der Film nochmal gebraucht vielleicht, damit er nicht untergeht in der Suppe von Film. Weil es kommt ja aus jedem, jedem Land auch viel Schund, weil viel gedreht wird. Deswegen, für mich eine Empfehlung, nicht nur für Südkorea-Fans oder Fans des asiatischen Kinos und mit dreieinhalb von fünf macht man eigentlich nie was falsch. Kann man auf jeden Fall einen Blick riskieren. Ja, das denke ich auch. Seafog, ein Film für Fans von guter Unterhaltung. Ja, Thriller, ja genau, doch. Ich würde dieses Südkorea-Fans von Südkorea-Filmen ausklammern, tatsächlich, mir ging ja zu, zum Beispiel The Host finde ich schon, da muss man so ein bisschen Südkorea-Fan schon sein, was deren Filme angeht. Oder jetzt auch den The Chaser, den ich geguckt habe, aber da finde ich, ist es völlig okay. Sieht schick aus, gut gemachter Film, ja. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ein bisschen blutig an die Sache, oder? Ja, ich bin gespannt. Wenn der Name hält, was er verspricht, dann auf jeden Fall. Genau, ich habe mir, wie gesagt, den Film Blood on Her Name angeguckt. Da geht es um eine alleinerziehende Mutter, Lee heißt sie gute, und die tötet, ja, versehentlich einen Mann in ihrer Werkstatt. So, und da beschließt sie, die Leiche ja zu versenken. Allerdings kriegt sie es dann doch ein bisschen mit ihrem Gewissen, als sie herausfindet, dass der Mann halt Familie hat. Und da überlegt sie so, okay, den jetzt einfach hier versenken, ist jetzt vielleicht auch nicht so die smarteste Lösung. Und beschließt dann, ihn quasi nach Hause zu bringen. So, das klingt schon strange. Der Fehler, den sie macht, sie hinterlässt eine Botschaft. Und die kommt ihr noch, ja, sehr teuer zu stehen. Gespielt wird Lee von Bethany Ann Lind, die Serienfans vielleicht aus der Netflix-Serie Ozark kennen. Ansonsten sind dabei Will Patton, den viele auch aus großen Hollywood-Blockbustern kennen. Zum Beispiel Armageddon, Gegen jede Regel. Also wirklich, den Mann, den kennt man. Ansonsten gibt es noch, ja, kleinere Schauspieler. Ihr Sohn wird gespielt von Jared Ivers oder Ivers. Der ist noch relativ unbekannt in Hollywood. Aber, ja, das ist der Plot, der relativ schnell erklärt ist. Ja, ist er denn einfacher zu erklären im Verlauf jetzt für uns als mein Film? Ja, doch. Weil, das ist ja auch wieder, wenn jemand eine Leiche versteckt, dann kommt das Gewissen, dann holt sie die Leiche wieder raus. Und dann kommt auch noch diese Botschaft, das klingt sehr auch nach so einem twistigen Film. Ist es ein twistiger Film? Ich finde es immer, also für mich ist das, für mich ist das kein Spoiler, wenn man sagt, es ist ein twistiger Film. Ich finde, ich finde tatsächlich bedingt. Also, ich hätte mir irgendwie, was Twists angeht, ein bisschen mehr erhofft. Wir bewegen uns hier auch im Bereich von einem Thriller. Ich habe mir, auch wie du, da sind wir wohl ähnlich veranlagt. Gestreckt, genau. Ich habe mir auch keinen Trailer angeguckt. Ich fand einfach, es klingt relativ interessant. Gedreht wurde der Film übrigens von Matthew Pope. Ja, was ich schön fand, ist, dass sich sowohl Storyaufbau als auch Atmosphäre im Verlauf der Story in Richtung, ja, so ein bisschen Crime-Noir orientiert haben. Das ist was, was ich wirklich auch in Comics tatsächlich sehr, sehr gerne sehe oder lese. Und das hat mich tatsächlich sehr überrascht, weil damit hätte ich nicht gerechnet. Man erfährt, wie Lee und die Rolle von Will Patton, der No-Spoiler ihr Vater ist, wie die miteinander, ja, auf so eine gewisse Art harmonieren. Ich möchte da jetzt nicht zu viel verraten, aber das gibt dem Film auf jeden Fall eine schöne Würze im Sinne von, wie der Vater, so die Tochter. Das ist auf jeden Fall spannend. Ansonsten muss ich sagen, die Darsteller machen eigentlich einen relativ guten Job. Also vor allem Bethany Anlind, der kaufe ich die Rolle komplett ab. Dazu muss gesagt werden, der Film geht 83 Minuten und in eigentlich jeder Szene ist sie zu sehen. Okay, das ist interessant, ja. Und was ich daran so schön finde, ist, dass man ihr wirklich irgendwann diese, ja, diese Art Verzweiflung komplett abkauft. Weil es ist natürlich eine sehr, ja, verstrickte Lage, in der sie sich befindet. Und da wird bewusst auf irgendwelche großen, ja, ich sag mal, Action-Szenen oder irgendwelche, ja, allgemein krassen Vorkommnisse verzichtet. Es wird sich wirklich darum gekümmert, dass dieser, ja, diese Spirale, in der sie sich befindet, dass sie sich immer enger zuzieht. Und das ist wirklich, also, ich kaufe ihr die Rolle komplett ab. Und wer darüber hinaus auch einen echt guten Job gemacht hat, ist Jared Ivers, ihr Sohn, von dem man bestimmt innerhalb der nächsten Jahre durchaus noch was sehen könnte. Also, ich würde es ihm gönnen. Ja, ich habe, du hast jetzt irgendwie Film Noir gesagt, ne? Ja. So ein bisschen, hast du zufällig Payback mit Mel Gibson gesehen? Ja. Ah, okay, aber das geht ja auch so ein bisschen in Film Noir, Neonoir-Richtung. Ist das zu vergleichen von der Machart her? Oder ist das nochmal ein bisschen? Es ist ein bisschen anders. Okay. Also, ich weiß nicht, vielleicht kann man sagen, der Wille war da. Ja. Aber es ist so, ja, also wirklich vergleichbar ist es jetzt nicht. Ich finde nur einfach, die Atmosphäre baut sich darauf sehr schön auf. Ja, das ist. Was den Film auf jeden Fall ein bisschen abhebt. Also, hätte er diese Elemente jetzt nicht, würde ich tatsächlich sagen, okay, ist ein Thriller von vielen. Aber ich finde schon, dass das dadurch schafft, sich ein bisschen abzuheben. Hm. Ja, sehr gut. Dann muss ich einmal ganz kurz fragen zu den Schauspielern nochmal. Will Patton. Ja. Wie ist der? Weil ich habe jetzt, ich habe jetzt schon einen Film jetzt von ihm gesehen, den, über den wir nicht reden dürfen. Und, also, weil es kommt noch eine, es kommt noch eine Kritik andererseits, von andererseits dazu. Und da spielt er wirklich richtig geil. Also, richtig, richtig geil. Und die Frage ist, wie macht, wie ist sein, wie ist sein Schauspiel? Also, Will Patton spielt einen Cop, diesen typischen, ja, Vorstadt- oder Kleinstadt-Cop, wie man ihn einfach aus den USA kennt. Und natürlich ist er auch hier ein bisschen stereotypisch veranlagt, was aber einfach an der Rolle liegt. Das ist einfach dieser leicht, ich finde die Leute immer so ein bisschen abgefuckt, so, du kommst hier in meine Vorstadt, ne? Ah, okay, ja. Das Bild ist schon gemalt in meinem Kopf, ja. Ja. Ja, okay. Das ist halt, wie gesagt, einfach stereotypisch für diese Art von Rolle. Aber ich finde, er macht einen echt guten Job in dem, was er in dem Film tut. Und bewegt sich natürlich im Bereich des Drehbuchs, ist jetzt auch wahrlich nicht seine beste Rolle, aber er gehört schon zu den, ja, zu den Highlights des Films. Ja, sehr gut. Das ist schön, das freut mich. Und die Frage, ich möchte mich nicht gar nicht zu sehen, in diesem ganzen Film noir gedöhnt, aber du hast es jetzt nur mal gesagt. Wie ist es von der Farbgebung, von der Kamera her, hektisch, langsam, wie ist der Schnitt, wird lange draufgehalten? Hast du, was hast du dazu? Also ich finde, die Atmosphäre ist, ja, zum Teil ein bisschen bedrückend, weil man einfach dieses Drama um den Charakter Lee immer weiter miterlebt. Was jetzt die Kamera an sich angeht, ist da gar nicht so dermaßen viel, also es sind jetzt keine langen Szenen im Sinne von, man hält voll drauf. Es ist aber auch kein, ja, schnelles Schnittgewitter. Es ist eigentlich so schön ausgeglichen. Okay. Und von der Action her, also wie hat was, mein Film hat ja immer noch so zwischendurch so ein bisschen, ja, man könnte es Action nennen, wo so ein bisschen, so ein bisschen was, was passiert, was kaputt geht. Man prügelt sich, es ist, gibt es Action, ist es wirklich komplett ruhig gehalten, die 80, was hast du gesagt, 80, 90, 85 Minuten. 83 Minuten, 85, irgendwas in dem Dreh. Gibt es da so ein paar Action-Spitzen, falls jemand sagt, okay, Thriller, okay, ich mag aber irgendwie so langsam erzählte Geschichten, die sich nur um einen Charakter drehen, wie du es ja beschrieben hast, würden die, die damit nicht so viel anfangen können, vielleicht auch abgeholt, weil sie ein bisschen wissen, was passiert zwischendurch in Richtung Action. Ja, es ist schon eher ruhiger inszeniert, als man es von anderen Thrillern kennt. Also so ein Krach-Bumm-Liam-Neason-Thriller darf man jetzt natürlich nicht erwarten. Nein, das möchte man auch nicht erwarten. Es ist wirklich wohldosiert, gegen Ende gibt es natürlich noch ein bisschen, also die, da wird vielleicht mal der nächste Gang eingelegt, aber so ausatmende Action gibt es jetzt hier nicht. Also wer, wer einen Thriller mit viel, ja, Schießereien oder so sehen möchte, ist hier durchaus an der falschen Adresse, aber wer es wirklich atmosphärisch und, ja, charakterlich, sag ich mal, haben möchte, ist hier durchaus gut bedient. Ja, sehr schön. Das klingt doch ganz gut. Mich hasste. Ich finde tatsächlich, ich habe von dem auch noch gar nichts gehört, weil wir haben jeweils nur ein Ansichtsexemplar bekommen von dem Film, deswegen machen wir dieses Doppeljahr. Ja, bin ich interessiert, würde ich mir angucken. Ja, kommt schon. Und ansonsten, hast du noch was, was du unbedingt sagen willst, was du loswerden willst? Ich würde am Ende wahrscheinlich auch so mich, wie du bei deinem Film, bei dreieinhalb, ja, weiß ich nicht, Blutspritzern einordnen von fünf. Ist wirklich kein Überhit, ist aber ein schönes Genre-Werk. Ja, sehr schön. Das ist doch gut. Also ich habe Bock, also es ist so ein bisschen, ich mag ja dieses Ruhige, wenn es dabei nicht langweilig wird und wenn es zumindest nicht abdriftet in lange Weile, dann ist das schon mal ansprechend. Weil ich finde, es ist schwer, glaube ich zumindest, ich bin kein Regisseur, aber solche ruhigen Thriller zu inszenieren, deswegen finde ich gut. Nee, das, das, ich finde auch die Laufzeit von 83 Minuten kurz, knackig, aber auf den Punkt, das ist schon echt in Ordnung. Ja, sehr gut. Schön. Da würde ich sagen, haben wir doch zwei, ja, solide Filme. Vielen Dank, vielen Dank an Koch Media an der Stelle, muss man ja auch mal erwähnen. Absolut, versorgen uns immer mit coolen Filmen. Ja, definitiv, definitiv. Ja. Sehr gut, dann übergebe ich an dich fürs Schlusswort. Genau, da ist der kleine Hinweis auf unsere Shownotes. Dort findet ihr nämlich unter anderem einen Link zu Paypal und Buy Me A Coffee. Wenn ihr nämlich weiterhin solche coolen, lockerflockigen Besprechungen von aktuellen oder auch älteren Filmen haben wollt, beziehungsweise hören wollt, dann könnt ihr gerne ein kleines Trinkgeld sponsoren, wenn ihr möchtet, natürlich rein freiwillige Basis, einfach um, ja, die laufenden Kosten, ja, zu finanzieren. Wir würden uns sehr freuen. Ansonsten bedanken wir uns natürlich recht herzlich fürs Zuhören und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Machen wir so. Vielen, vielen Dank. Bis später. Bald. Cheerio. Ciao. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung vom Tele-Stammtisch. Ihr habt eingeschaltet und zwar zur Besprechung der Serie Mighty Ducks Game Changer. Das ist ja eine Serie, die auf Disney Plus exklusiv läuft im Bereich Comedy und Sport. Erste Staffel mit zehn Folgen. Produktionsland USA 2021 und ist hierzulande in Deutschland ab 26. März auf Disney Plus verfügbar. Und wie dieses Serien-Revival, sag ich mal, welches natürlich gerade trendy ist, so ankommt, das wird euch auf jeden Fall mein Interviewpartner heute verraten. Das ist nämlich der liebe Steven. Hallo. Hallo, lieber Berg. Schön, dass wir das jetzt zusammen machen können, denn ich habe mir die ersten drei Folgen dieser Serie angeschaut. Und bevor ich dazu was sage, müssen wir aber noch eine ganz wichtige Info hier einfügen, denn der Tele-Stammtisch ist ja ein Community-basierter oder finanzierter Podcast. Das heißt, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann schaut in die Infobox und lasst doch mal eine Mark 50 da für uns. Dann können wir auch weiter an unserer Qualität schrauben und Woche für Woche, Tag für Tag hier fette Reviews abliefern. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. PayPal und Buy Me A Coffee sind da verfügbar. Wie gesagt, einfach mal den Link anschauen, der in der Besprechung unten ist. Und wir fahren einfach jetzt mal fort mit unserer Besprechung. Ich habe es ja so ein bisschen anklingen lassen. Wir reden hier von einem Serien-Revival, denn diese Serie hier bezieht sich ja auf eine Filmreihe, die mit drei Teilen ausgekommen ist, die im 92 ihren ersten Teil hatte. Und es gab dann in dem Kontext auch mal eine Zeichentrickserie. Und da stellt sich mir natürlich als allererstes die Frage, wer damit noch nicht in Berührung gekommen ist, worum ging es eigentlich in den Filmen und der Serie von damals? Also, ich habe damals auf jeden Fall den ersten Film ein-, zweimal gesehen. Ich glaube, die anderen Teile habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Trotzdem ist es natürlich so, dass die Serie, die jetzt hier neu erschienen ist, einen typischen Trend mitmacht. Und zwar Cast-Mitglieder aus alten Serien der 90er oder teilweise auch 80er Jahren halt aufzugreifen und in die neue Serie mit einzufügen. Und genau das funktioniert hier oder wird hier auch gemacht. Und zwar mit Gordon Bombay, gespielt von Emilio Estevez, der damals im ersten Film den Trainer der Mighty Ducks gespielt hat und jetzt hier eine etwas andere Position einnimmt. Und dazu werde ich dann auch gleich kommen. Und dementsprechend spielt das Ganze also Jahre später nach seiner Tätigkeit als Trainer von damals. Mit der Trickfilm-Serie hat das hier nicht viel gemeinsam, denn ich kann mich da jetzt auch nur recht dunkel dran erinnern, dass das Ganze ja mit richtigen Enden, die dort halt Eishockey gespielt haben, stattgefunden hat und dementsprechend kein wirklicher Bezug außer der Name und der Sportart da ist. Wobei, da könnte ich mich auch irren, weil es ist wirklich lange her, dass ich die Serie gesehen habe. Wie sieht es bei dir aus? Hast du die gesehen damals? Also ich kann nämlich hier schon mal gestehen, mit den Filmen an sich bin ich gar nicht in Berührung gekommen. Ich weiß, dass es sowas wie Mighty Ducks gab, aufgrund eben jener Serie, an die ich mich aber auch so gut wie gar nicht mehr erinnern kann. Also ich weiß definitiv, dass es die gegeben hat und dass das so sehr actionlastig war und dass das, glaube ich, mit Eishockey gar nicht so viel dann zu tun hatte am Ende. Es war wie so eine Kampftruppe, die irgendwie immer einen Tag gerettet hat. Aber mehr weiß ich dazu auch nicht mehr. Also ich könnte mich auch nicht an Namen oder Begebenheiten oder irgendwas aus der Serie erinnern. Und trotzdem, wir hatten ja ein kleines Vorgespräch. Du warst etwas überrascht, dass Mighty Ducks so prinzipiell an mir vorbeigegangen ist. Das ist tatsächlich so. Aber nichtsdestotrotz befrage ich dich einfach mal hier zur neu erschienenen Serie mit dem Titel Game Changer. Und du hast es angesprochen. Bei mir ploppten sofort so die Assoziationen an aktuell Cobra Kai natürlich auf, dass man jetzt versucht, so ein Schwein von damals nochmal zu schlachten irgendwie und jetzt nochmal mit diesen Retro-Gedanken jetzt alle abzuholen, die der Generation da zuträglich waren und die das in ihrer Kindheit gesehen haben. Wie ist denn dieser Retro-Faktor hier? Ja, also der einzige Retro-Faktor, der wirklich vorhanden ist, ist halt Emilio Estevez. Das ist das Verbindungsstück zu den damaligen Filmen. Insgesamt kann man aber sagen, sowohl der Film damals als auch diese Serie werden keinen Kreativpreis gewinnen. Also das ist wirklich Standardkost vom Allerfeinsten. Also so eine typische Aufsteiger-Sportler-Geschichte. Die Underdogs, auf die keiner einen Pfifferling gesetzt haben, die dann trainieren, bis der Arsch blutet, ja, um dann am Ende dann vielleicht doch zu gewinnen oder dann, ich sag mal, der einzige Überraschungsmoment in so einem Film ist doch dann eigentlich immer, gewinnen sie am Ende wirklich oder verlieren sie ganz knapp, aber schlagen sich halt irgendwie tapfer. Das ist immer für mich so der einzige Überraschungsmoment, der irgendwie passieren kann. Und ich hab das Gefühl, dass das bei dieser Serie ähnlich sein wird. Also letzten Endes geht's halt einfach darum, dass Alex, gespielt von Lauren Graham, die die meisten wahrscheinlich als Lorelai Gilmore aus den Gilmore Girls oder von den Gilmore Girls kennen. Oder als die mit Vaterkomplex aus Bad Santa. Genau. Wie ich zum Beispiel. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Und Alex hat ein Kind, Evan. Und direkt in der ersten Folge wird er aus dem Team der Mighty Ducks rausgeworfen, als das eigentliche Team zusammengestellt wird. Denn er ist halt einfach nicht gut genug. Er ist klein und pummelig. Er spielt zwar gerne. Eishockey ist halt aber einfach nicht gut genug. Daraufhin, ja, geht seine Mutter so ein bisschen durch die Decke, macht da so einen kleinen Aufstand. Und am Ende planen die beiden halt dann ein eigenes Team aufzustellen. Und jetzt kann man sich schon denken, wie das so vor sich geht. Er geht dann durch die Schule, holt sich die ganzen anderen Außenseiter ran, die halt nirgendwo anders dazupassen, um dann sein eigenes Team aufzustellen. Das ist natürlich auch... Er holt sich die pickeligen, verprügelten Nerds, die irgendwo in der Ecke liegen, weil sie gerade verkloppt worden sind. Ja, so ungefähr kann man das letzten Endes sagen. Da ist dann der Goldkeeper, so ein dicker Junge, der halt den ganzen Tag in seinem Kellerzimmer sitzt und Eishockey am Computer halt spielt oder an der Konsole, aber halt trotzdem voll die Reflexe halt irgendwie hat. Aber ja, gerade am Anfang im Tor überhaupt nichts auf die Reihe bekommt. Natürlich bekommen alle nichts auf die Reihe und verlieren ihre ersten Spiele 17 zu 0 und so. Und Evan, also der Junge, um den es hier letzten Endes ja geht, der das Team aufstellt, der hat halt auch so einen Crush im eigentlichen Mighty Ducks Team. Und die ist halt eigentlich auch total lieb, aber das Mighty Ducks Team ist ja total böse. Die spielen halt auch unfair und so. Und man merkt schon, eigentlich fühlt sie sich da ja nicht so wirklich wohl. Aber aufgrund ihrer Helikopter-Eltern, also diese ganzen High-Society-Eltern, die für ihre Kinder nur das Beste wollen und Coaches organisieren, Zusatzcoaches, und die müssen nach Harvard und so und müssen natürlich in ein Team, wo sie gewinnen. Und sie hadert dann mit sich, ob sie das Team halt wechseln kann oder nicht. Und naja, ihr könnt es euch schon denken, und am Ende landet sie dann trotzdem bei den Mighty Ducks sozusagen als Starspieler, weil sie halt wirklich gut spielen kann. Und Emilio Estevez nimmt am Anfang einfach die Rolle ein, dass er diese Eishalle besitzt. Und er hat natürlich ein Trauma erlitten damals mit seiner Eishockey-Geschichte. Und in seiner Turnhalle hängt ein Schild, No Hockey. Also Hockey ist für ihn völlig verpönt. Und er lässt natürlich nichts an sich ran. Und eigentlich lässt er sie dann nur spielen, weil er halt mordsmäßig Kohle dafür bekommt. Und naja, auch da könnt ihr euch denken, wie das Ganze endet. Letzten, ja, letzten Endes wird er dann doch der Trainer. Also so viel kann man ja schon sagen. Und das kann jetzt auch unmöglich überhaupt jemanden überraschen, dass es so kommt. Ist jetzt bei den ersten drei Folgen noch nicht ganz an dieser Stelle angekommen. Aber gut, das ist jetzt kein Major-Spoiler, weil ich kann es nur noch mal sagen, dass es von der Entwicklung der Geschichte kann es nicht viel standardmäßiger sein. Ja, so klingt das auf jeden Fall. Also der ganze Weg ist für mich schon in meinem Kopf vorbestimmt. Jetzt ist natürlich bei sowas immer die Frage, wenn es schon storymäßig nicht innovativ ist und nicht gerade mit irgendwelchen Plottwists aufwarten kann, wie ist es denn grundsätzlich produziert? Wie kommt es rüber? Wie agieren so die Schauspieler? Wie agieren die Figuren? So der Overall-Eindruck, macht das trotzdem Sinn, sich das anzugucken? Ja, auf jeden Fall. Muss man einfach so sagen, wer jetzt auf so eine Art von Serien oder generell Filmplots steht, der ist hier richtig gut beraten, denn man muss sagen, die Schauspieler funktionieren großartig, die Jungschauspieler sind großartig. Evan, der das Team zusammenstellt, ist großartig. Der Erste, den er mit an sein Team sozusagen aufnimmt, ist sein Kumpel Nick. Der ist eigentlich Podcaster. Der macht immer Eishockey-Podcasts zu den Mighty Ducks und wollte halt auch schon immer mal Eishockey spielen, aber kann praktisch kaum auf den Schlittschuhen stehen. Das ist so der Erste, den er rekrutiert. Und das ist so ein bisschen der lustige Sidekick und der hat halt auch wirklich schon lustige Momente. Das macht Spaß und ein anderes Highlight. Und das muss man halt einfach so sagen, ist Emilio Estevez, der mit seiner Gleichgültigkeit am Anfang und diesen lockerflapsigen Sprüchen genau das macht, was man von der Figur halt erwartet. Und man muss auch tatsächlich sagen, man sieht an dieser Stelle eindeutig, dass er halt verwandt ist mit Charlie Sheen. Also das sieht man halt in seiner Art, wie er mit dieser Rolle umgeht. Also man könnte ihn auch eins zu eins durch Charlie Sheen ersetzen, nur dass der vielleicht ein bisschen zu verbraucht aussieht. Aber ich glaube, jetzt kann sich jeder... Der würde viel mehr trinken wahrscheinlich. Noch mehr trinken, ja. Also das, was Charlie Sheen als Charlie Harper mit Alkohol macht, das macht hier Emilio Estevez mit Kuchen. Es gibt halt irgendwie in fast jeder Szene, in der man ihn sieht, hat er irgendwie so einen Geburtstagskuchen, der halt dort vergessen wurde von Kids, die da gefeiert haben, in der Hand und isst den halt auf. Das ist halt so der Running Gag, der da bis jetzt so durchläuft. Und der macht Spaß. Also das funktioniert. Und auch selbst Lauren Graham, als Alex, als fürsorgliche Mutter, die hier irgendwie möchte, dass ihr Kind trotzdem Eishockey spielt, die macht das charmant. Sie übernimmt am Anfang die Rolle des Coaches. Was ist denn eigentlich die weibliche Form von Coach? Coaching? Sagt man das? Englische Wörter kann man nicht gendern. Das macht keinen Sinn. Aber na gut. Also sie übernimmt auf jeden Fall erstmal den Posten der Trainerin und hat natürlich absolut keine Ahnung von Eishockey. Und das sorgt auch für ein paar ganz heitere Momente. Das kann man wirklich gut weggucken, ohne dass das irgendeinen Innovationspreis erreicht. Und ich denke mal, hinten raus wird das auch richtig schmalzig. Aber wer da drauf steht, guckt es euch an. Okay. Das ist ja schon im Gesamten jetzt schon ein ganz gutes Fazit gewesen. In typischer Manier, wie wir das hier tun, vergeben wir mal 0 bis 5, ich sag jetzt mal der Einfachheit halber, Eishockey-Pucks. Und du kannst jetzt da nochmal in zwei Sätzen vielleicht sagen, Empfehlung, ja oder nein? Und für wen vor allen Dingen? Also grundsätzlich auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Es ist nichts Weltbewegendes. Der Plot ist wirklich, wirklich vorhersehbar. Es wird nicht eine einzige Überraschung vorkommen, da bin ich mir sicher. Aber das ist vielleicht auch gar nicht notwendig, denn die Schauspieler machen ihre Sache wirklich gut. Das ist charmant. Es sind ganz gute Gags dabei. Nicht jeder Gag landet im Bullseye, aber das muss es auch gar nicht. Ich fand die ersten drei Folgen, die ich jetzt sehen konnte, unterhaltsam und kann es jedem empfehlen, der auf Eishockey steht, auf typische Underdog-Sportgeschichten und nichts Weltbewegendes erwartet. Und ich vergebe, ich bin großzügig, ich vergebe 3,5 Eishockey-Pucks für Mighty Ducks Game Changer. Okay, na dann, vielen Dank. Und ich denke mal, problemlos, wer so ein Disney-Plus-Account sein eigen nennt, der kann da mal rein-zappen. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, dass du mich erleuchtet hast in Bezug auf Mighty Ducks. Das war so eine Bildungslücke bei mir. Und wir freuen uns, wenn ihr auf jeden Fall wieder reinschaltet, hier beim Tele-Stammtisch. Und natürlich, wenn ihr insbesondere uns beide hören wollt, wir sind natürlich Podcast-Partner in unserem eigenen Podcast, Steven Spoilberg. Schaut da gerne mal vorbei. Und ansonsten verabschieden wir uns und wie wir das immer bei uns tun mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt Spoiler frei. Tschüssi Kowski und viel Spaß mit Mighty Ducks. Game Changer. Ringehauen. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. 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 Vielen Dank.